Wann hast du ihn in der Zukunft? Wo hast du ihn? Wo hast du ihn? Oh, das sieht Klaus aus. Nur die Fackeln nicht. Ja, die Fackeln sind noch nicht ganz ideal platziert. Du hast doch Close Zone oder nicht? Da will ich das ganze Close Zone verschwinden. Nein, ich hab vergessen. Ah, ich hab vergessen mir den mitzunehmen. Wohlschweb. Ich hatte einen Baum hier, in dem man einfach mal 41 Holzdinger drin. What the fuck? Okay. Was? Ein Baum hier? Ja, 42, 43. Ich glaube, du hast Max sein Haus abge... Nein, das ist der Haus, genau, der Baum war neben meinem Haus. Ich dachte schon, du hättest Max... Okay. Ich dachte mir jetzt... Was? Entschuldigung, ich hab' vergessen... Nicht okay. So, ich hab' ja, das ist... Ich hab' die Höhle hinten erkunden, ne. Ich hab' die ganze Zeit machen. Nö, nö. Mö. Au. Ah. Ich hab' schon ne Eisen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Sag' mal, ist bei mir eine Spinne im Haus, oder wo ist die Spinne? Das ist ja irgendwie. wo ich kann uns viel kohle so und es wird wohl noch ein paar Schilder Obst die Schilder Obst durch die Schilder steht die Schilder Dunkel n kann man nicht sagen es regnet neun man ist hier die Knopft klemmt ach also ich bin schon Level 10 nur durchs den Farmen von Kohle und sowas das ist ein richtiger Stier Stefan ich weiß sagt man nicht dass hier unten eine Höhle ist toll komm schon ein STRG Knopf stell dich nicht so an aber ich will nicht Computer sagt nein A K kann mit der Alte was ist das sind was ist das denn ich habe eine riesige Unterwasserhöhle gefunden ne oh mein Gott das sieht so epic aus so so ähm in in den Kopfschule wo steht sich rum er toll unter meinem Haus ist irgendeine Höhle mit einer Scheißspinne drin und ich habe hier technische Schwierigkeiten der Hand wird mich angreifen nur die mich angreifen du dreckst wie ich mich angreifen ja die will mich angreifen lol komm hoch ich geb dir scheiß Creeper mann Alter man die zu wissen genau bei einem Mann im Sack die hängen an meinem Sack die ich glaub das ist nicht sehr gesund Steffen oh scheiß ein Bot Skelett mann es kann doch nicht wahr sein ein Bot komm wir sind Bogen Battle du scheiß Skelett wo bist du du Motherfucker die ist tot Koffe macht so eine komplizierte Taste mann das ist so verklingt dunkel hier ist unfassbar oh Gott da schon wieder ein Skelett ein bisschen Sand abfahren ich nur zack bis zu von mir umher ich Leute an den Lauter Zornen wenn wir immer noch mal hat er auch den server auf hardcore gestellte hast du ja nur auf schwer also schwer hardcore das wird dann würden wir nicht mehr ausstehen wenn wir sterben da würden wir es nicht sterben und überleben sowie stammt was sie verheiratet verkauf und so viel kohle alter wie viel kackfiecher sind denn hier in dieser scheiße leicht o deutlich ist vielleicht nur kurz muss man und das wird von schütteln immer und selber ich weiß Fokko Fokko nun haben sie ja mal etwas kommen Kuhn Kohlefarm ist das langweiligste was man machen kann Naja es gibt bestimmt langweiligere Sachen Ja die beim Spielen zu suchen so lange Alter diese scheiß Dreckssieche Oh Gott reißen bitte nicht brechen Nein T 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 das macht eigentlich jeden mal was man Kronos er hat zum Netz aus wo ich bin fast versammelt worden nach Romo fahrt die Schnauze viel lustiger gewesen wenn du von Sonnensicht wegen Sand gestorben so ein Schwertchen machen ein Schwertchen machen der Junge will ja heute echt ein bisschen Stress, oder? ist er oh Gott was achso wir müssen ja noch Kühe suchen wegen dem verzaubernden hallo Herr Zombie ja stimmt scheiße ich hab gehört sie wollen sterben Herr Zombie ja das kann ich ermöglichen ups und ich hab eisen und ich hab eisen gefunden und welche Höhe bin ich denn hier eigentlich aber noch viel zu hoch das ist irgendwas gerade gestorben wer ist gestorben irgendwas ist gerade gestorben wow ein Zombie kommt aus einem Zombie raus das bei mir von auch passiert ist die ist doch aus einem Zombie ein Zombie mit einer Rüstung rausgekommen bei mir ha 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 Gott der Fall ich bin fast gestorben mein Gott der schießt um die Ecke und trifft mich will der mich verarschen das brennt es hier ha 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 schon ey komm gib mir deine Knochen hm hm ich hab doch hier alles ausgeweitet ok fast alles wirst du der geht's hoch hab ich gar nicht gesehen wasti lol ich sterb wenigstens nicht ii pepper ich kann ja nichts dafür aber direkt k he ich kann ja nichts dafür aber direkt klasse oh mein gott wo bist du wie komme ich hier raus können wir sagen wo bist du ja wieder sie sagt ihn zu mir tippen bei mir ist das nicht geht dann tippen lieber zu dir bei mir geht das recht nicht wo bist du immer wenn ich bin ganz oben alter richtig zu betrifft runter ich habe ich wieder in der dingens gefunden haben im menschacht